Wollten wir nicht die Strafe bezahlen? Oh, da hat sich's wohl jemand anders überlegt. Wir bezahlen die Strafe. Ein Penny für deine Gedanken? Was ist ein Penny? Das ist Geld. Sowas wie Units. Eine Redensart heißt, ich will wissen, was du denkst. Wir brauchen unsere Units für das Novakor, sonst restieren wir... Drax. Sag mir einfach, was los ist. Mir wird bewusst, dass ich weniger weiß, als ich angenommen habe. Sagnav 9 entsprach. Nicht meinen Erwartungen. Weil Lady Hellbender keine Riesen ist? In der Tat nicht. Das ist nur ein Teil, Peter Quill. Unterwegs zu ihr wurde mir klar, dass auch viele meiner Annahmen über dieses Team vorschnell waren. Tatsächlich. Die Attentäterin und der Naga. Hätten sie und der Baum nicht mit uns gekämpft, wären wir jetzt nicht mehr am Leben. Ich sag doch, das sind keine schlechten Leute, nur weil sie eine schlimme Vergangenheit hatten. Das Leben ist... Kompliziert, Drax. Die Dinge sind nie einfach... Auf Kertreff waren sie's. Eine liebevolle Familie und... Eine Sicherheit im Leben. Beides habe ich verloren. Du findest sie ganz bestimmt wieder. Das braucht nur ein bisschen Zeit. Ist jemand da drin? Rocket? Was? Ich bin beschäftigt, Mann. Ist das meine Zahnbürste? Damit kommt man auch noch in die allerkleinsten Ritzen. Rocket, bitte! Irgendwie muss die da sein Zahnbürste. Ich bin gleich fertig. Ich bin gleich fertig. Ich bin gleich fertig. Gut, das sollte so bleiben. Ich denke nämlich, dass das vielleicht seine Nahrung ist, weißt du? Ich bin gut. Ja, die Quarantäne-Zone wäre ein Luxus-Buffet für alle gewesen, die Kabel fressen. Ich bin gut. Wow, hübsch. Das ist ein netter kleiner Pferd. Ich bin gut. Ja, soll mir besser vom Pelz bleiben. Du wolltest den Funk nicht kaputt fressen, oder? Sieht stabil genug aus. Meinst du, es fühlt sich da drin wohl? Ich bin gut. Warum haben wir eigentlich nicht das Name verkauft? Bestimmt hat Grud eine volle, samtige Stimme. Nein. Was die Zukunft wohl für uns bereithält. Mehr Kämpfe. Vielleicht sollten wir nächstes Mal einen Auftrag ohne Kämpfe annehmen. Und wofür wärst du dabei gut? Feinde zu erledigen ist nicht meine einzige Stärke. Okay, und was ist das? Sind das Chitauri-Handschellen? Was? Oh, ähm... Ja. Komisch, sowas zu sammeln. Und ich sammle schon komisches Zeug. Oh, äh... So ist das nicht. Ich hab sie in der Quarantäne-Zone gefunden und einfach... ...verhalten. Warum? Ach, keine Ahnung. Als Erinnerung daran, wer ich früher war, wie ich hierher kam. Es ist... Es ist dumm. Nicht... ...unbedingt. Willst du darüber reden? Versagen wir das. Gefangener und der Chitauri spricht mit. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber mein Dad ist sowas wie der König von Spartax. Ich weiß. Wirklich? Das heißt, klar weißt du es. Natürlich. Du bist du. Ja. Und es ist nicht gerade ein Geheimnis. Ich hätte dasselbe getan. Den Nachwuchs eines mächtigen Herrschers entführt, um ihn zu kontrollieren. Nur Hala weiß, wie lange sie dich festgehalten haben. Ach. Mit dem einzigen Grund, dass Spartoi reicht daran zu hindern, sich dem Widerstand anzuschließen. Der Dad war ja... ...vier Jahre. Das glaubst du dann. Vier Jahre. So lange war ich dort. Vier Ersten. So kurz, der ein ganzer Planet ist. Das tut mir leid. Muss es nicht. Ich dachte lange, mein Dad würde kommen und mich holen. Eine Armee ausheben. Spione entsenden, die mich befreien. Irgendwas. Hat er aber nicht. Es war wohl nicht politisch vorteilhaft. Väter sind manchmal scheiße. Glaub mir. Dein Dad wollte dich wenigstens. Meiner hat mich nicht mal nach dem Krieg empfangen. Erstens ist eine Entführung nicht wollen. Täusch dich nicht, Peter. Du wurdest nicht als Einziger aus deinem Zuhause verschleppt. Und zweitens, du warst auf Spartax? Ich hatte sogar eine Rede vorbereitet und alles. Hey Dad, ich bin's. Dein Sohn, den du in einem Shitori-Knast hast verrocknen lassen. Oder ich hätte ihm eine reingehauen. Ich war unentschlossen. Bin's immer noch. Ins Weiße Haus zu kommen, wäre leichter gewesen. Weißes Haus? Mein Dad steht total auf bürokratischen Bockmist. Ich dachte, als ein einziger Sohn... Ich dachte, als ein einziger Sohn bekäme ich problemlos eine Audienz. Aber ich brauchte einen Termin. Im Spatoy-Reich herrschte für lange nach dem Galaktischen Krieg politischer Aufruhr. War er zu beschäftigt für seinen Sohn? Ja, genau so kam's rüber. Laut und deutlich. Ich hab seinetwegen alles verloren, was ich je geliebt hab. Und er wollte mir nicht mal in die Augen sehen. Es tut mir sehr leid, Peter. Muss es nicht. Ich wollte ihm wirklich eine verpassen. Wir fangen mit der Shitori. Saß du schon mal auf Shitori Prime? Öfter als ich zugeben möchte. Dann weißt du ja, wie es ist. Wie sie sind. Diese kreischenden, kratzenden, zischenden Reptilien. Frisch aus dem Albtraum. Oh ja. Schwer zu vergessen. Ich hab ein paar echt üble Filme gesehen. Aber nichts kommt auch nur annähernd an das Leben auf Shitori Prime ran. Ich war nur ein Kind. Ich wusste nicht mal, was Aliens sind, bis sie bei mir im Garten auftauchten. Und jetzt? Und jetzt bist du von Aliens umzingelt. Es gibt nicht viele Menschen hier draußen. Klar, ein paar laufen schon rum. Richard Rider? Genau, zum Beispiel. Aber der könnte auch ein Alien sein. Jedenfalls bin ich ziemlich allein. Alles nur, weil ich für die Shitori einen gewissen Wert hatte. Nicht nur für die Shitori. Für Thanos auch. Natürlich hat dein Dad die Fäden gezogen. Wobei mir Thanos fast lieber gewesen wäre, als diese Echsen. Ich garantiere dir, dass Thanos nicht die bessere Option gewesen wäre. Mag sein. Ich meine, weißt du, was die Shitori mit ihren Gefangenen machen? Also mit den Wertlosen? Sie werfen sie in eine Arena und lassen sie gegen Monster kämpfen. Sie wetten darauf. Gefangenen wird ein Arm oder Bein gebrochen, um die Chancen zu manipulieren. Alles nur für ihre kranke Insektenunterhaltung. Du hast überlebt, Peter. Stärkere Männer als Drax wurden in diesen Arenen abgeschlachtet. Du hast überlebt. Ja, ich hab überlebt. Als Faustpfand. Wäre dir der Tod lieber gewesen? Ich weiß es nicht. Damals vielleicht. Jetzt eher nicht. Dann sei froh, dass du davon gekommen bist. Ich bin's nämlich, bei Hala. Naja. Jedenfalls spielt es keine Rolle mehr. Ja. Du hast wohl recht. Dann rechnen wir mal auf. Zur nächsten Mission. Glaubst du wirklich, dass die Lama-Kreatur sich von Kabeln ernährt? Okay, Corel. Vielleicht wirst du beeindruckt sein. Diverse Legenden auf Keteth erzählen von Metallfressen in Bestien und allerdings geht's der meiste... Einmal wenden und zurück. Der Rock-Novamp-Hop ist aus dem Rosten. Tado-Stern-System. Das hier ist ein Trommender 2. 3 war es, glaube ich. Oder 2. 2. Wissen wir denn sicher, dass sie das ist? Ich überprüfe das. Gleiche Kennung wie vorher. Das ist definitiv die Hala-Song. Das ist die Standardprozedur bei Novakop. Das ist die Standardprozedur bei Novakop. Ich hoffe, dann wäre einfach was übrig. Also, wenn wir wieder weg sind... Du meinst, falls wir wieder wegkommen? Ich kenne jemanden, der uns einen ziemlich lukrativen Auftrag verschaffen könnte. Ich werde niemanden umbringen. Und ich schleiche nicht durchs Anwesen eines reichen Flakers, um sein Essen zu vergiften oder so. Eigentlich ging's darum, dass wir mit unserer Lama-Erfahrung jetzt auch Rinderherden hüten könnten. Auf gar keinen Fall! Rocket fängt sich wieder. Versuch, einfach nichts anderes zu fressen, okay? Bereit zu bezahlen? Ich bin Groot. Sogar Groot weiß, dass du wegen Blaubeerkuchen hier bist. Fährst du was? Der gefällt mir. Ich erinnere mich über das Outfit. Groot gefällt mir normal besser. Ich gebe hiermit zu Protokoll, dass ich nicht hier sein will und dass es ein Fehler ist, hier zu sein. Warst du schon mal auf dem Rock? Ja. Sieht aus wie jede andere NovaCore-Station. Das erinnert mich an meine Kapitulation bei den Behörden. Wie war das so? Befreiend. Naja. Okay, ich geh's weiter. Wenn das NovaCore auch nur den Lack angekratzt hat, verrechnen wir das mit unserer Strafe. Viel Glück dabei. Das ist grobe Verlässlichkeit. Fahrlässigkeit. Hab ich doch gesagt. Na dann. Wo sind denn alle? Die meisten Nova-Stationen sind stark automatisiert. Alles synchronisiert vom WorldMind. Es ist beunruhigend. Sie hatten nach dem Krieg keine große Wahl. M-Schiff. Kennzeichnung Milano. Schuhe. In Lageeinschalt. R-C3. GmbL. Zeigen Sie vor dem Abfall. Rocket beruhigend auf Start positionieren. Wie zum Flach sollen wir von diesem Felsen wieder wegkommen? Ganz ruhig Rocket. Das ist das Standard-Vorgehen. Das sagst du immer wieder. Das hier ist nicht gerade meine erste NovaCore-Strafe und deine auch nicht. Die erste, die ich bezahle. Flach. Ich wusste, ich hätte an Bord bleiben sollen. Kommst du Rocket? Ja, ja. Okay, noch eine Ahnung. Wie dieses hier. Ich bin da. Wie soll ich das wissen? Trag den früheren Nova-Bullen. Was soll er fragen? Und ich habe nicht wirklich zum Nova-Core gehört. Gurt will wissen, warum es keine Patrouillenschiffe gibt. Der Rock ist nicht diese Art von Station. Aber ja, ein paar müssten schon da sein. Okay. Es sollte einfach nicht so leer sein. Das ist wirklich sehr verlächtig. Das ist wirklich sehr verlächtig. Weltraum-Bullen haben keine Feiertage. Das ist einfach eine Falle. Wir würden gerne Strafe bezahlen. Wir suchen Centurium Corel. Die Tür ist verspart. Tja, wir haben es versucht. Kommt, wir gehen. Wir gehen nicht. Wir gehen zu ihnen, wenn wir müssen. Seht. Die Türsteuerung ist auf der anderen Seite. Wir müssen dich nur hinbringen. Was, soll ich jetzt etwa die Nova-Core-Security hacken? Hey, wenn du denkst, dass du es nicht schaffst. Das war billig, Quill. Wir reden davon, in eine Nova-Core-Anlage einzubrechen. Es ist kein Einbruch, wenn niemand da ist. Vielleicht machen alle einfach nur Pause? Ich bin Gurt. Gurt sagt, der Kiosk ist noch offen. Ich sage, das ist nicht unser Problem. Tür, inaktiv. Vielleicht müssen wir einfach warten, bis wir dran sind. Das bezweifle ich sehr. Ich gehe auf die Schraube. Hey, Drax. Gib mir bitte eine Dose Powerstar, ja? Die Maschine ist außer... Ja, ist versperrt. Danke für dein Vertrauen. Typisch. Wenn du meinen Weltraumbullen brauchst, ist keiner da. Mir würde eine Empfangskraft reichen. Mir gefällt das nicht. Wir müssen wirklich diese Tür aufnehmen. Wir müssen wirklich die Tür aufnehmen. Hey, ich kann sie knappen, aber... So. Laut Monitor haben wir neun Personen vor uns. Aber da ist niemand. Brrrr. Vielleicht ist das ein Test, ob wir Respekt vor den bürokratischen Abläufen haben. Okay, Eilmeldung. Ich hab kein. Und wenn sie ihr Geld wollen, sollten sie sich beeilen und es nehmen. Hört ihr mich, Goldhelme? Ich könnte was Besseres mit diesen Units anfangen, als sie euch zu überlassen. Ich bin Groot. Psst, halt den Mund. Wir wollen endlich gehen. Was? Groot sagt, in dem Raum mit der Steuerung ist ein Luftschacht. Falls hier auch einer ist, könnte ich vielleicht durchkriechen. Ein Inko. Ich bin Drei. Ich bin Groot. Ja, so toll ist die Tech von Nova gar nicht. Ich könnte jetzt nicht das Worldmind übernehmen oder so. Okay, hier drin ist ein Luftschacht. Das könnte ein Zugang sein. Ja. Könnte. Oder er führt runter in den Hangar. Da. Ein offener Luftschacht. Jetzt haben wir Nova-Korbis jetzt beschädigt. Oh, nur ein bisschen. Kannst du da... Okay, Rocket. Sieh nach, ob dieser Schacht in den anderen Raum führt. Und sei vorsichtig. Also, den Plan, mit dem Strafe bezahlen mag ich nach wie vor nicht. Aber das Umspielen mit Nova-Kortec ist kein schlechter Ausgleich. Hm. Da stimmt was mit dem Stromnetz nicht. Alles läuft nur über Notstrom. Ich verbinde dich. Du weißt, was zu tun ist. Sag mir, welche Schaltkreise ich umschalten soll. Wir können den Stromnetz nicht umlaufen. Alles klar. Ich kann alles. Zumindest eine Tür. Die falsche Tür. Trotzdem. Fortschritt. Hey, eine Toilette. Muss jemand mal? Das einzige, was ich muss, ist dringend weg hier. Oh, Kostüm. Oh, der Anzugführer. Nichts. Ein Anzug für Dichs. Na ja. Machen wir mal. Wir werden's rausfinden. Ah, ups. Will jemand eine Limo? Ich bin groß. Ich hab's nicht gesehen. Kein Baltiak will. Tja. Nein, wirst du erstaunt sein. Ups. Ups. Was? Hey, das war nicht schlecht. Die Schutzstür braucht noch etwas mehr Sack. Genau was noch das Grunderwählen muss. Sieh zu und lerne. Ich will gar nicht wissen, wie viele Monster wir verkaufen müssen, ob diese Strafe zu bezahlen. Die Security kann auch drehen, aber es kommt keiner angelaufen. Also beobachten Sie uns wohl nicht. Zum Klack, Kika. Sorry, sorry. Ich bin kein guter Elektriker. Er ist schon. Was, Tom? Ja. Tada. Das ist genauso unklar. Es ist verdächtig still. Was machen die da? Sie scannen sich gegenseitig. Ich hab aber keine verflagte Ahnung, warum. Sie sind übergeschnappt. Wir wollen nur unsere Strafe bezahlen. Was machst du da? Ich verkünde unsere rechtlich einwandfreien Absichten. Wir sind nur einmal eingedrungen, weil der Zugang verlassen wurde. Das ist kugel. Anscheinend war alles normal, als die Hallershobe angekommen ist. Vielleicht sind sie dort. Ja, und küssen gemeinsam deine Ex den Hintern. Dazu müssten sie eine extrem lange Schlange bilden. Oh je. Ich vermerke, dass ich gegen unerlaubtes Betreten einer Novakor-Anlage bin. Ist vermerkt. Siehst du? Drex will die Strafe auch nicht bezahlen. Das habe ich nicht gesagt. Du verdrehst meine Worte. Hey, ich bin dir recht, Rosa. Ich sage, wir sollten von hier verschwinden. Ach, armer kleiner Kerl. Das ist ein Ding. Dein Mitgefühl ist unnötig. Hey, ich bin selbst ein Halbding. Vergessen? Nein. Äh, hallo? Oh, was hat uns verraten? Hey, Strampelanzug. Du musst mich hier rausholen. Ich gehöre nicht in einen Käfig. Da sieht das Novakor anders. Dich hat keiner gefragt, Kruselauge. Wir sollten einem Verbrecher keine Beihilfe leisten. Warst du nicht ein Gefangener des Novakor? Ja, und ich habe meine Zeit abgesehen. Kannst du uns sagen, was hier drinnen vor sich geht? Nicht viel. Es gab einen Tumult. Leute sprachen von irgendeiner Mutter. Und dann waren sie einfach weg. Korrell? Hast du einen Zenturion oder ein Cream-Mädchen gesehen? Mehr weiß ich nicht. Kommt schon. Ich habe euch geholfen, jetzt seid ihr dran. Sucht einen Türöffner oder so. Nicht nur unruhig, da etwas. Das soll eine falsche Kaffee. Wo komm ich jetzt hin? Was passiert hier? Wo er jetzt wohl ist? Glückwunsch, Quill. Ich glaube, du hast eben deinen ersten Häftling hingerichtet. Das erscheint mir unwahrscheinlich. Ah, ja. Hat der Weltraum-Computer das gesamte Novakor nach Xander zurückbeordert? Ich denke eher, das Gegenteil ist der Fall. Die Station hat ihre Verbindung zum Worldmind verloren. Vielleicht hat es Pranik ausgebrochen und sie haben evakuiert. Darum ist dann die Hallers Hub noch hier. Vielleicht haben wir ihn nur in seine Zelle zurückgeschickt, weil das der Besucherbereich war? Soweit ich weiß. Hey, hey, Kumpel. Oh! Oh, hey, was soll das? Ich habe Rechte! Dieser Ort weckt ganz schön viele Erinnerungen. Hast du mal beim Novakor gedient, Peter Quintas? Nein, aber ich war mal bei so einer Gegenüberstellung. Wow, der Typ war durchaus ernst zu nehmen. Naja, jetzt muss ihn jemand anders durchaus ernst nehmen. Falls wir ihn zum letzten Mal gesehen haben. Eins, zwei, drei, vier. Nein. Ich bin noch was machen. Eins, eins. Eins, eins. Nein. Vier, drei, zwei, eins. Ja. Ich komme hier nicht voran. Ich kriege hier langsam ein richtiges Spukhausgefühl. Aber das Gefühl weg zu wollen kriegst du nicht? Lass uns die Units überweisen, wie normale Leute. Ich glaube, das ging nicht mal, wenn wir wollten. Ich habe das Terminal in der Lobby gecheckt und die Verbindung zum Wolfmind wurde unterbucht. Ach, Aufzug kaputt. Aber der Schacht darüber ist offen. So können wir raufklettern. Wir sollen auf dem Ding entlang gehen? Ach, du Schande. Niemand zu Hause? Was zum... Ich kann reinlaufen mitnehmen. Ja, vielleicht mal gut. Dieser Raum ist karg und streng. Es muss eine große Ehre sein, ein Centurion zu werden. Milde ausgedrückt. Jeder Nova Prime wird aus den Centurions ausgewählt. Bei unserer Kerteth Ehrengarde gibt es einen ähnlichen Brauch. Eie. Kein Wunder, dass die Tür spinnt. Der Rohrlohr dreht sich ständig. Okay, hoffentlich hält das. Warum hat die hier einen eigenen Raum? Sieht aus wie eine Werkstatt. Ich habe gehört, sie eloxieren die Dinger mit einem Smartmetall von Xander. Ein Metall kann nicht smart sein. Smarter als so mancher. Ich will mal sabotieren. Nein. Eine Information. An alle autorisierten Nova Corps mit Arbeiteranzüge, die 200.000 Units kosten, sind nicht zum grünen von Chogar Dogs für Stunts und in der Schwerelosigkeit, aber für Zielübungen gedacht. Und kein Spielzeug. Und wie viele Units? Wir sollten einen davon kommen. Ladungsverbruch. Verbruchte die Ladung. Aufgeladen Schuss. Ja, wir nehmen aufgeladen Schuss. Ding, ding, da ist es. Diese Arbeit ist mehr wert als du, Quill. Aufgeladen Schuss. Der aufgeladen Schuss ist ein Zutzer-Move, den du einsetzen kannst, um eine Waffe direkt Taumenschaden zu verursachen. Du, Linke, muss das zweimal erteilt, um den aufgeladen Schuss zu starten. Lasse Linke, muss das los und zu schließen. Ein aufgeladener Schuss, wo es sowohl Taumenschaden als auch körperlich entlangt. Aha. Das ist interessant. Units, für so einen Anzug. Noch mehr Lichts. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ihr habt's gehört, sie sind gerade abgehauen. Und das sollten wir auch tun. Er hat auch was von Corel gesagt. Er sagte Mutter. Jeder hat eine Mutter, Quill. Du nicht. Der Punkt ist, Mutter könnte jede sein. Außer dir. Diese... Ja. Rockets, hörke deine Magie. Nein. Was? Ich sagte nein. Wann kommst du endlich zur Vernunft, Quill? Ich bin Quill. Und dann, er wird uns durch die halbe Station zerren, wenn wir ihn lassen. Okay. Hier geht's wohl nicht weiter. Sonst, zieht jemand einen Plan. Dann gehen wir wieder. Und was war nur mit dem Tum? Wenn ich mir jemanden besungen, der mir helfen will. Okay, nur noch einen Raum. Und wenn wir dort auch nichts finden, gehen wir. Okay, noch einen Raum. Nicht zwei. Einen. Dann schauen wir mal. Das sieht doch mal etwas aus. Ja, hier geht's nicht zurück. Ich dachte, das Novakor hätte mehr Schiffe. Es heißt, sie kriegen kein Personal. Sag wer. Leute. An Orten. Mit so anderen Leuten. Peter Quill. Das hier habe ich gefunden. Sektor 1. Bitte kommen. Durchsuchung Sektor 1 abgeschlossen. 75% Annahmequote. Wie sie es versprochen hat. Habt Vertrauen. Das Versprechen wird Realität werden. Vorhücken zu Sektor 7. Mit Vertrauen. Die gute Nachricht. Wir sind nicht allein. Jede Menge Funkverkehr. Sag, ich will mein Schiff wieder. Mein Schiff. Hör ich ein Aber? Naja, es klingt als suchen sie irgendwas. Oder irgendjemanden. Vielleicht ist deshalb niemand hier. Dann sag ihnen, sie sollen ihre Goldpropos hier rauf schaffen. Das Versprechen wird Realität werden. Das Versprechen wird Realität werden. Das Versprechen wird Vertrauen. Ah, hallo? Ist das Ding an? Wir sind auf der Suche nach Centurion Corel. Wer ist wir? Wir sind die Wächter der Galaxie. Wir müssen bei Centurion Corel eine Strafe bezahlen. Hallo, Wächter der Galaxie. Ich würde mich sehr freuen, euch heute behilflich zu sein. Wo seid ihr gerade? Wir sind hier auf einer Art Überwachungsstation. Verstanden. Bleibt wo ihr seid. Wir kommen zu euch. Das ist sowas von mit vorne. Und was sagen sie? Sie kommen zu uns. Die Wächter sind unsicher, ob es eine gute Idee war, mit dem Wächter zu sprechen. Ja, es war eine schlechte Idee. Wo ist Centurion Corel? Habt Vertrauen. Sie ist im Moment nicht bei uns. Habt Vertrauen? Echt jetzt? Sieht noch einer das violette Leuchten an den Jungs? Ich traue ihm nicht. Gibt es einen Ausweichplan? Sollten wir ihn jetzt umsetzen? Ich bin gut. Corel, konzentriert uns zurückziehen. Ihr werdet alles verstehen. Sobald ihr das Versprechen erlebt. Was soll das heißen? Centurion Corel ist nicht da. Ihr Schiff ist doch draußen angedockt. Ich verstehe eure Verwirrung. Wir werden eure aufgewühlten Seelen beruhigen. Komm. Wächter der Galaxie. Wir bringen euch zur Helles Hope. Dann könnt auch ihr Vertrauen haben. Und wir sollten zurück zum Schiff. Yep. Ich bin groß. Cool. Co-co-co-co-co-co-co. Das klingt ja alles nach einer spitzen Party. Nur, wie war noch gleich der Name? Nenn mich einfach Carlos. Okay. Schön, Carlos. Hör zu, wir müssen wirklich nur unsere Strafe bezahlen. Dann sind wir wieder weg. Und ihr macht euer Grusel-Todes-Tempel-Ding. Win-win für alle Beteiligten. Vielleicht hast du ihr göttliches Versprechen angenommen. Tja, das müsste sie mir erst erlauben. Damit das Versprechen Realität wird, muss es von allen Lebewesen vollständig angenommen werden. Kommt, habt Vertrauen. Durch den Eingang können wir nicht wieder raus. Okay, Plan Ende. Und schenken diese Freaks zum Teufel. Kink die Wirtung! Ähm. Kink die Wirtung! Kink die Wirtung! Kink die Wirtung! Jemen die Wirtung! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020